Wir fangen an mit der ersten Gemüsebrühe, mit der Gemüsebouillant. Genau, und da werden wir jetzt als erstes... Ich kann hier wunderschön erkennen, wir haben keine Einlage in unsere Gemüsebouillant. Und sie ist dann natürlich auch ohne Allergene und ohne Hefe. Wir haben auch hier ein kleines Icon, OKA. Vielleicht kannst du was dann erzählen, was das bedeutet. Genau, nach der Neugebensmittel-Informationsverordnung müssen 14 Allergene auf den Speisekarten gekennzeichnet werden. Wenn unser Algen drauf ist, OKA, dann bedeutet das, dass keine Allergene in dem Produkt enthalten sind, die gekennzeichnet werden müssen. Das bedeutet auch, wenn Spuren enthalten sind von irgendeinem Allergen, muss es nicht gekennzeichnet werden. Das heißt also, in diesem Fall ist es kein Sellerin in dem Produkt. Dafür haben wir eine Petersilienwurzel, Lauch- und Blumenkohl verarbeitet. So, dann kommen wir zu unserem zweiten Produkt. Das ist die Maggi Klare Gemüsebrühe. Bio, das heißt, was ist Bio? Genau. Bio darf sich ein Produkt nur nennen, wenn 95% aller Zutaten aus ökologischem Anbau stammen. Die Maggi Klare Gemüsebrühe hat eine kleine Einlage, nämlich Petersilie, Lauch, Favotte und Zellerie. Und wir haben eine Einlage von 16 Gramm pro Liter. Das heißt, auf einem Kilo bekomme ich sozusagen 56 Liter heraus. Genau, weiter geht's. Dann kommen wir zu unserer dritten. Das ist die Klare Gemüsesuppe Plus. Die haben wir hier. Die Klare Gemüsebrühe hat ganz viele Funktionen und auch ganz viele Vorteile für unseren Kunden. Das sieht man hier an den Icons, also ist einmal frei von kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffen. Dann fettarm, kalorienarm, frei pflanzlich und besonderer Umdöl. Und auch unteren sieht, da bin ich Kräuter. Und eine kleine Einlage haben wir natürlich auch noch. Das sind Zellerie, Lauch und auch Karotten. Einlage ist 20 Gramm pro Liter. So, jetzt kommen wir zu unserem vierten Produkt. Maggi Klare Gemüsebrühe. Das nicht mit einer Hefe verarbeitet worden ist, sondern mit einem Natriumglutamat und Natriumglutamat. Da erzählt gerade mal die Patrizia ein bisschen was, was eigentlich Natriumglutamat ist. Genau, also Mononatriumglutamat kommt auch ganz normal im Körper vor, als Glutaminsäure. Also wenn du eine Tomate isst oder auch im Mutternweg, überall befindet sich dieses Natriumglutamat, ist ein Geschmacksbooster. Dann haben wir als letztes noch unsere Maggi gekörnte Brühe. Das ist unser Topseller. Und ich zeige dir mal hier. Sie ist ganz klar. Sie ist auch noch mit Natriumglutamat verarbeitet worden und ist auch vegan. Was heißt eigentlich vegan? Genau, vegan darf ein Produkt sich nennen, wenn keine tierischen Inhaltsstoffe enthalten sind. Also wenn keine Zutat, die da drin ist, irgendwie vom Tier stammt. Dann darf sich ein Produkt vegan nennen. Okay. Genau, man sieht hier ja schon auch gut die farblichen Unterschiede von den coolen. Bernsteinfarben, dann ins grünliche gehend. Hier die beiden mit Natriumglutamat. Dann haben wir hier ein Produkt mit einer Hefe. Hier haben wir zusätzlich Hefe frei. Und ganz bio. Und als letztes haben wir hier natürlich auch Aromen verarbeitet. Keine Hefe und natürlich auch kein Natriumglutamat.